hallo meine lieben ich bin's charlotte von annamoda und möchte euch heute dieses wunderschöne kleid von rosa klara vorstellen es ist ein kleid dass er so ein bisschen sportlich gehalten ist aber mit raffinierten details arbeitet und zwar haben wir oben ein bisschen leichtes tank top oben im oberteil auch noch mal wunderschön verziert und diesen kleinen bestickungen am rand dann leitet es über in dieses oberteil was komplett floral bestickt ist was auch noch mal so die handschrift für rosa klara ist diese sehr hochwertige spitze dann finden wir im bund auch noch mal mit kleinen pärchen und kleinen glaskristallen noch diesen bund geschmückt vor der dann in diesen wunderschönen leichten seidenrock fließt was auch noch mal diese leichtigkeit dieses diesen boho flair diesem kleid verleiht ist meiner meinung nach eine perfekte mischung aus romantisch sportlich und hat auf jeden fall diese leichtigkeit wie es mitbringt und ist es auch zeitlos auch von hinten ist es ein wahnsinns anblick die schleppe fällt ganz leicht ist mehrlagig in diesem seidenstoff gehalten zarter abschluss und auch der rücken ist einfach wunderschön wir finden hier bei den bund der den seidenrock war sie nach oben kurz andeutet diese kleinen geometrische spitze die auch noch mal mit diesen pärchen appliziert ist kleine perlen knopfleiste und einfach ein wunderschöner ausschnitt der auch noch mal mit kleinen pärchen verziert ist und noch mal dieses sehr zierliche diesem kleid gibt auch dieser v ausschnitt ist noch mal abschließend so die signatur für rosa klara die auch immer dieses gewisse etwas dieses besondere und einzigartige mit sich bringt was haltet ihr von diesem wunderschönen boho kleid meiner meinung nach ist es einfach eine perfekte mischung aus dieser leichtigkeit und eleganz lasst euch gerne lasst mir gerne noch kommentare da gibt uns ein like und verratet mir was ihr von diesem halt zeit haltet ich freue mich aufs nächste mal